Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das letzte Rennen beim Kübler-Strengen 2012, ein Novum auch für mich. Ich glaube, wir moderieren das jetzt seit 10 Jahren und zum ersten Mal darf ich mitfahren. Heute als Spitzenkandidat der Freien Kübler-Partei Deutschlands, dies hier um das Amt des Oberbürgermeisters in Stuttgart gewirkt und hier das Team vom Teamamt. Sie sind her. Der Rüdiger, Lubisch, der Hannes, Nicole, Hannes, Rüdiger. Ich wünsche euch ein gutes Rennen. Ich bin mal gespeitert, ich bin hier noch nie mitgefahren, wer noch Flyer braucht, ihr habt noch wahr. Hier, um die Wahl. So, mein Team besteht hier aus dem Rennrad, Jochen Weigl, unserem Pressesprecher, Hannes, der hier in der Sack ist, ein nur rechter Schwabe. Und, ah, ah, scheiße. So, auf die Plätze, oh. Fertig, los geht's. Und, ah, ah, da ist ein Fisch. Oh, der Fisch, der fisch, der will noch weiter. Jawoll, wir sind erster, nein, wir sind weiter. Halt, wir sind erster, ans Satter. Wir wollen Stuttgart 21 auf! Schnell, Martin! Ihr O.W. für Stuttgart! Ich habe O.W.s für alle! Ihr O.W. für Stuttgart! Ihr O.W. für Stuttgart! Auf! Hopfen auf! Jawohl! Über die Bippe! Schick, du Sau! So, das war das für das Rennen 2012 hier in Baden-Gangstadt!